Ich habe acht Kinder und jedes ist auf seine Weise einzigartig. Kommt bei mit! Mireille weiß sich als Kleinste immer durchzusetzen. Und Rilo ist einfach mal gerne großer Bruder. Henry kommt immer so richtig in Fahrt. Und Kimi lässt sich so schnell nicht den Ball abnehmen. Joshua ist Ansprechpartner für Reparaturen jeglicher Art. Und Celine checkt immer die neuesten Trends. Noel malt die besten Bilder mit seinen Haaren. Aaron zockt einfach jeden in der Familie beim Memory ab. Loser! Aaaaaaah!